So ihr Schlingels, ihr habt ja wahrscheinlich rausgefunden, in der letzten Folge habe ich einfach das gleiche Intro nochmal verwendet. Habe ich gern gemacht, kann ich, ne? Ja, ich habe einfach keins gehabt, ich habe vergessen eins aufzunehmen für die letzte Folge und habe das geschnitten und denke, verdammt, da war nichts. Also, jetzt hier, neues Intro, guten Tag, herzlich willkommen, schön, dass du da bist auf diesem Kanal, lass gerne einen Daumen hoch, dir gerne ein Abo. Also, wir gucken uns diese Folge etwas an, was an die letzte anknüpft, natürlich, keine Frage, ist ja immer so auf diesem Kanal und, ähm, ja, viel Spaß, einfach beim Schauen. Danke. Ne, weil Kranplätze müssen verdichtet sein, das ist so. Junge, 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 Junge. Beste Meme ever, oder? Jetzt müssten wir nur noch irgendwelche Viecher spawnen, das wäre natürlich dann noch b-b-brauchbar. Guck mal, jetzt haben wir drei Dinger, die jetzt hier Strom producen. Ich muss dem noch sagen, rein, rein, rein. So, letzte, guck mal, macht der schon was? Oh ja, er macht irgendwas. Guck mal, wir haben eine Seele. Hallo, hauzen, schön, dass ihr da bist, moin. Und, ähm, so, ich habe, letzte Folge, haben wir ja unten die Mob-Farm gebaut und die habe ich jetzt nochmal umgebaut, tatsächlich. Ähm, hau, hau, down, bitte, down, danke. So, der ganze Rotz sieht jetzt so aus, ich habe, oder verzichte jetzt auf den Mob-Crusher, weil der hat im Endeffekt nur, äh, Steinschwerter gebaut, so ein bisschen Ghostly-Essenz. Und, ja, ich habe jetzt per Zufall mal zwei Widder-Skeletten-Skiles rausbekommen, aber dafür ohne Ende-Fluid-Essenz. Hier unten drunter ist noch ein Riesentank. Äh, mehr hat er nicht gemacht, also von daher. Ich bin dann zurückgegangen auf den guten alten Mob-Crusher mit, äh, allen Updates, Upgrades, die es halt so gibt, sodass wir eben halt das Ding da auch bedienen können. Habe im Endeffekt hier nochmal den Mob-Fan voll ausgebaut und habe hier genauso und habe, äh, dafür jetzt einfach gesorgt, wenn dann der, äh, Wither, wenn das Wither-Skeletten dort spawnt, dass es dann dahin in die Ecke geht, gecrushed wird und dann kommt das hier rein in den Observation-Hopper. Ja, diesen habe ich jetzt mittlerweile mit anderen Kabels, äh, Kabels, genau, Kabel-Fluid-Pipes, also mit Pipes habe ich jetzt gemacht. Ich habe mir die Pipes einfach mal gebaut von der Mod Pipes, genauso wie hier die Energy-Pipe, das ist ein bisschen angenehmer, ähm, habe ich jetzt endlich mal gemacht. Das Ganze habe ich hiermit verbunden wiederum, äh, unterm Strich, äh, so, dass, wobei da, kommt's hoch da, äh, so, dass es hier in den Controller reingeht, in den Storage-Controller, wo ich dann wiederum die ganzen Oak-Draw, äh, angeschlossen habe und per Netzwerkkabel, hier hinten geht's irgendwo rum, da oben geht's lang, äh, oben an mein, äh, Storage-System gebaut habe, so, dass ich jetzt sagen kann, ich habe Wither-Skeletten-Skales. Zum Beispiel 3000 Stück, ähm, also über 3000 Stück, ähm, ich habe Wither-Bones und so weiter, äh, also alles das, was hier an Ertrag kommt, oder auch hier, und was nicht unnötig ist, äh, was ich jetzt ausgefiltert habe über eine Trash-Can, äh, geht raus, ansonsten habe ich hier Strings, ich habe hier in der Eis, äh, äh, Spinneneier, ich habe, äh, Slime, ne, ich habe hier die Seelen, ich habe eigentlich alles, ich habe sogar hier irgendwo noch ein Eisen drin gehabt, damals, damals, ich habe sogar hier auch nochmal Skelet-Köpfe, ich habe, äh, 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 Creeper und andere Mob-Köpfe, hier noch alles drin und so und von daher, ich denke, das ist okay, da kann man mit umgehen, ähm, sollte, glaube ich, in irgendeiner Art und Weise passen. So, das Einzige, was ich jedes Mal habe, ist, ich müsste, äh, so wie es aussieht, wohl mal einen Block platzieren, hoffe ich, dass es nur daran liegt, dass er ein Block-Update kriegt, dass er hier spawnt, ansonsten, ähm, ja, wohl nicht, danke, ansonsten nehme ich halt hier immer so ein Ding raus, ähm, und dann kommen irgendwann hier die ersten Mobs wieder an, weißt du, so, dort, machen wir, weil ich weiß nicht, warum das so ist, ich kann es ja nicht sagen, sobald hier überall Erde drin ist, oder ich halt kein Block-Update gemacht habe, äh, spawnen hier auch keine Viecher, das ist ganz merkwürdig, ne, aber gut, ist halt einfach so. Irgendwann kommen die dann halt hier wieder raus, ähm, und dann geht das eben weiter, ne, also das ist, wie gesagt, ganz, ganz, ganz luderlich, ich habe keine Idee, warum das so ist, aber es ist so, einfach so, es ist einfach so. Gut, ähm, falls das also einer von euch irgendwo auf dem Schirm hat, warum das so ist, darf er es gerne mal ins Kommentar schreiben. Apropos Kommentar, ähm, ich nehme ja immer hier so in drei Wochen oder sechs Wochen im Voraus auf, so, ne, ich habe ja nicht, nicht mehr so wie früher, jeden Tag Zeit hier irgendwie, jeden Tag irgendwelche Folgen aufzunehmen, deswegen kommt ihr auch aktuell nur einmal die Woche. Äh, ich habe nämlich eure Kommentare gelesen, unter anderem halt auch, vielen Dank erstmal für die Kommentare in den vergangenen Folgen, äh, unter anderem auch, äh, gefühlt schon Wochen her für euch, ähm, dass da jemand geschrieben hat, hey, ja, toll, schön, dass du was machst, aber wir wollen mehr, wir wollen, äh, gefühlt wieder täglich folgen und so, ähm, also selbst für zweimal die Woche, ja, ich könnte das machen, ich nehme ja immer so ein bisschen im Voraus auf, ich könnte in der Theorie, äh, zwei Folgen in die Woche, in die Woche, zwei Folgen in der Woche bringen, ja, natürlich kann ich das machen, aber ich habe nicht so viel Zeit immer so vorzuproduzieren und aufzunehmen, ähm, das, äh, hat sich leider Gottes in den letzten Jahren so ergeben, beruflicherweise, privaterweise, ähm, dass ich sage, ich mache das nicht mehr so exzessiv wie noch vor ein paar Jahren, ne, vor ein paar Jahren war es ja so gewesen, habe ich bei täglich, täglich irgendwelche Folgen gebracht, äh, mehrere, äh, sogar teilweise bis zu drei Folgen, drei verschiedene Projekte auch noch pro Tag, und, äh, es ist ein Pensum, Alter, das, ja, ging damals, aber, äh, aktuell geht es eben halt einfach nicht, deswegen kommen aktuell nur einmal die Woche eine Folge, ich hoffe, die ist auch cool, und ich hoffe, ihr sagt auch, ja, bleibe ich treu, finde ich gut, ähm, danke dafür, ich arbeite darauf hin, dass es mal irgendwann sein wird, dass ich tatsächlich zwei Folgen die Woche mache, natürlich, aber es wird nicht mehr täglich funktionieren, geht nicht mehr, ich habe einfach nicht die Zeit, so viel aufzunehmen, ähm, und abgesehen davon gibt es zur Zeit auch, meine ich, für mich nicht so interessante Spiele, dass ich jetzt jeden Tag irgendein Spiel rausbringen muss, äh, oder irgendeine Folge von irgendwas, und ich wollte jetzt hier auch nicht, äh, so ein Minecraft-Projekt machen, so Attacke-Druck-Betankung, äh, und hab dann nach drei Folgen nur noch zehn Zuschauer, weil es einfach zu viel wird, das ist einfach so, und deswegen, ähm, habe ich die Erfahrung für meinen Kanal, für meine Verhältnisse gemacht, aktuell, auch wenn es etwas lästig ist, einmal die Woche so eine Folge von so einem Modpack, ja, habe ich akzeptable, akzeptable Zahlen für meine Verhältnisse, natürlich, ähm, und solange wie das passiert, dass ich Zuschauer habe, und solange wie ihr auch begeistert in die Kommentare schreibt, mache ich das, gerne, für euch, na klar, natürlich mache ich das ganz gerne, ähm, jo, dann würde ich sagen, wir machen einmal weiter, ich, ich war, ich würde, glaube ich, hier diesen Nutri-Ozons-Chicken-Feed mal machen, den würde ich gerne mal irgendwie gucken, dass wir den zusammenkriegen, damit wir, äh, hier das Goldene Eck bekommen, ne, das, das würde ich gerne machen, aber das Goldene Eck, äh, ist halt dafür da, dass du eben diese normale Erde dann verwandeln kannst, in eine besser wachsende Erde, sozusagen, ähm, ähm, besser wachsende Untergrund, damit dann da auch andere Tiere spawnen, ne, also so, ich glaube, wir, wie haben sie es hier benannt, Passive Mobs oder so, Use on Dirt to create delightful dirt, leckeres Dirt, Passive Mobs spawn on this, ne, also Schafe und keine Ahnung, solche Sachen, ne, ähm, finde ich schon ganz cool, und das würde ich, glaube ich, gerne mal versuchen, äh, ob es, ob wir sowas hinbekommen, das heißt, ich brauche Raw Porkshop und Raw Beef, was haben wir denn hier an Raw? Ja, okay, nix, ähm, mhm, mhm, ja, so, Chicken, Kau, 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 ach, warte mal, ich habe, glaube ich, das, was ich gemacht habe, an Raw, habe ich, glaube ich, immer in den Rucksack gepackt, ne, Hallo, na, guten Tag, du musstest, glaube ich, auch erst mal einfach nur wachsen, mhm, also grown, ich habe nix, Digga, mach dich vom Acker, weil ich wollte jetzt hier aber auch nicht einfach so, äh, danke, ich wollte jetzt hier aber auch nicht einfach so, ähm, wieder rübergehen und da im Kuhstall wildern, weil die sollen sich jetzt dann auch mal ausruhen, ne, die haben auch schon genug gearbeitet, ja, 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 haha, haben sie gemaukt, das heißt, ich könnte jetzt mal gucken, ob wir noch mal ein bisschen, äh, achso, habe ich, äh, ich bin noch remote unterwegs hier, remote, so, äh, Weed, da packe ich mir mal so ein bisschen hier einfach nur ein, dass wir die Kühe füttern können, dass wir oben da einfach von der Growing Time runterkommen, dass die jetzt einfach, ja, es geht ein bisschen was drauf, gebe ich gerne zu, aber dann können wir zumindest vorwärts, weißt du? So, ich packe das hier mal rein, weil ich habe die jetzt soweit, äh, schon, ähm, gefüttert, die sind jetzt auch schon groß mittlerweile, deswegen hier der kurze Cut, äh, zack und zack, weil das angucken muss man sich das ja nicht, ne, das heißt, ich würde jetzt hier gucken, dass ich ein bisschen Raw Beef kriege, oder Meat, Meat Beef, Beef Meat, so, hallo, und du noch mal, und du noch mal, Dankeschön, dann haben wir zumindest die Hühner einigermaßen gerettet, so, wir haben Raw Beef, wir brauchen aber, glaube ich, nur einen, ne, genau, ein Raw Beef, wir brauchen ein Raw Pork Shop, wir brauchen ein Schwein, ein Schweinchen, namens Poppy, oh, äh, du kommst mal raus, so, ähm, doch, Eier kommen da rein, du kommst da rein, so, jetzt wollen wir mal gucken, wo kriegen wir denn Raw Pork Shop her, ja, das ist halt vom, Ham, Hamlin, Hamlin und McGill, kennt das noch einer, ähm, natürlich ist die Frage, wie kriegen wir denn Pork, Alien Traits, hallo, Alien, Smoker, Butcher, ne, brauchen wir nicht, ich möchte gerne, ich möchte gerne nichts anderes, als ein Schwein, wo kriegen wir ein Schwein her, Pig, wir haben Pig Seed, Loll, Carrot und Onion Seed, Peanut Seed, Reddish Seed, was haben wir hier noch, Seed, Rice Seed, was haben wir denn hier an Seed, oh, Loll, Fern, Grass, Jungle, Wheat, Sweet Berry, Melon Seed, oh, mal gucken, ob das da mit geht, und ne Carrot, oh, krass, guck mal, wir können Schweine machen, die Sau, du wolltest gerade abhauen, das habe ich dir schon angesehen, Alter, wir haben Schweine, oh, Leute, wir haben Schweine, ihr werdet alle sterben, wie geil, Entschuldigung, ja, ich weiß, aber es ist halt ein Spiel, und es ist halt notwendig, in diesem Spiel, sonst kommen wir ja nicht weiter, wir müssen ja irgendwie irgendwo, äh, auch leicht überleben, Schweinchen essen, du wolltest wieder abhauen, du Sau, äh, Schweinchen essen, im Endeffekt, was, Karotten, oh, ich habe nur so wenig, oh, dann, ja, dann, ach herrje, warte mal, da müssen wir ja noch so eine Karottenfarm bauen, richtig, aber das haben wir ja noch gar nicht, oh, ja, wir haben noch gar keine Karottenfarm, ach herrje, guck mal, wir machen hier, wir nehmen mal die Melons raus, packen dafür die Karotten, nein, oh Leute, das geht gar nicht, das ist ja doof, wieso geht das denn nicht, ach herrje, muss ich, muss ich das ja wirklich analog machen, so, du machst mal Erde, okay, pass auf, dann, äh, machen wir es ganz einfach, ich habe ja hier noch so ein bisschen, pflanzen wir mal an, wir brauchen ein paar Karotten, geht ja ganz schnell, so, siehste, so, schon haben wir, glaube ich, ein Stack voll, passt, ne, komm mal her, wir pflanzen nochmal nach, dann geht das Ganze nämlich schneller, wenn wir jetzt einfach so hier rüber gehen, ich muss wirklich, ich schingel, so, ich habe jetzt mal ein paar Karotten gemacht, nein, bleib da drin, oh Leute, ein paar Karotten gemacht, dass wir die einfach mal anfüttern können, dass die Schweine auch, ich brauche ja eigentlich nur einen, dass der jetzt einfach mal ganz, ganz schnell wächst, da äh, die Geier, und dann haben wir nämlich hier, Raisal Faisal, die Möglichkeit, nochmal so ein, so ein Ollet Vieh zu kriegen, ne, selber essen macht, ja, schön, aber, selber essen macht dumm, das ist einfach so, hallo, kannst du mal hierbleiben bitte, ich würde euch gerne, etwas zu essen geben, ja, wäre ganz toll, danke, so, 30 Sekunden, du noch ein paar, ja, alle kommen, wieso denn ich, ich habe doch eigentlich automatisches Essen, ich muss doch gar nicht essen, du bist ausgewachsen, ja, lol, gucke mal, so, zwei ausgewachsene, ja, siehste, das ist das, was ich brauchte, mehr brauchte ich doch gar nicht, so, ähm, dann können wir nämlich hier die Karotte reinpacken, Karotten Seeds, die Karotte rein, so, Karotte Rotte, es ist ja halt mal eben schnell gemacht, ne, komm, sagen wir mal ehrlich, es ist ja mal eben ganz schnell gemacht, so, wir brauchen Essenz, XP haben wir unten, wir brauchen Rice, Sadirot, Spinat, Strawberry, Tee, Tomato, also irgendwas, was eben mit Tieren ist, ne, Coffee Beans, Cabbage Seed, Bedrod, Melon Seed, alles klar, wir brauchen einfach nur, den altbekannten Melon Seed, wir brauchen ein Buket, 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 dass wir nämlich unten, mal runter gehen können, wieso schmeiße ich denn immer alles weg, verdammt, so, dann können wir das nämlich hier einmal, zack, mitnehmen, das haben wir, so, und dann brauchen wir noch eine Karotte, und eine Beetroot, oh, habe ich die, Beetroot, ich habe zumindest ein Seed, okay, das ist schon mal okay, und eine Karotte, sehr cool, ja, 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 cool, so, dann machen wir da nochmal eine so eine olle Beetroot, das rote Beet ist das, glaube ich, so, Hammer, hat da, kann er, so, eine Karotte reicht mir, und dann müssen wir mit dem ganzen Gedöns runter, ne, in den Mixer, oder, ach nee, das muss stampfen, ah, okay, das müssen wir einmal stampfen, no heating behaved, alles klar, also einfach nur zusammen pressen, ich glaube, das Klima gerade so hin, wo bist du denn, bist du da noch dran, denn du bist doch, oh, lol, 1, 2, 3, ich hoffe, das landet da auch alles drin, und nicht irgendwo, oben drüber, oh ja, bomb, wir haben den Bonk, nie, nie, aha okay ich habe es fertig also ich habe mir erlaubt ich habe das jetzt mal unkommentiert gemacht weil ich musste es tatsächlich ausprobieren ich habe mir fluid xp zusammengesammelt und habe das dann entsprechend eingekippt anstatt die essenz die flut essenz weil hier wird ja besprochen essenz experience fluid xp essenz of knowledge und wie auch immer und das ist ja das was ich da halt eigentlich auch habe und genau das wird daher auch beschrieben essenz normales fluid essenz hat er nicht gemacht weiß ich nicht fragwürdig aber okay kann ich mit umgehen passt schon so das heißt wir haben jetzt dieses ding zusammengeschossen ich kann jetzt hier sagen ja danke du bist mein und jetzt machen wir das goldeneck news on dirt to create delightful dirt passiv mob spawns on this jetzt hoffe ich dass wir damit eigentlich auch ganz gut klarkommen wenn wir diesen rasen hier benutzen oder news on dirt zack so zeit die frage an die halt weiter 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 right click on a chicken to get a golden egg so power ja man so ich habe ein golden egg das schon mal gut nachteil ist natürlich ich musste jetzt ein anderes tier dafür opfern aber ja gut bleibt halt nicht aus so right click on dirt das sieht ganz anders aus und hier sollen jetzt irgendwelche passiv mobs spawnen okay das heißt wir gehen mal runter lassen uns überraschen ob da tatsächlich dann jetzt demnächst bald mal was anderes kommt vielleicht eventuell wir lassen uns einfach überraschen nicht dass es nachher wirklich nur kühe sind also das was wir schon haben wir schauen mal wir haben noch ein noch ein goldeneck machten die mir das einfach mal wir wissen jetzt wie es geht na wir wissen wir wissen ja eigentlich jetzt wie es geht hallo fahren flucht ist nicht ob es hat einer so wissen dann haben wir es hier fast die gesamte fläche eine dandelion blume okay dann ist das so so du sauer bist groß und dann bist du erst okay nicht umsonst geopfert wir packen fleisch natürlich frisch haltemäßig immer grundlegend immer in die kiste weil hält sich ja so lange ist ja bekannt freunde dann würde ich sagen wenn euch der pack gefallen hat lasst gerne ein abo da gerne auch ein daumen wir sehen uns wieder in der nächsten folge hier auf diesem kanal wenn es dann wieder heißt hallo in diesem sender euch noch einen schönen tag bis dann tschü tschü ich ich Bis zum nächsten Mal.